Herzschwäche ist eine der häufigsten Erkrankungen bei älteren Menschen. Herzpatienten leiden unter Kurzatmigkeit, Ödemen und körperlicher Leistungsschwäche. Die Ursache der Herzschwäche ist eine schwache Pumpfunktion des Herzmuskels, wodurch das Pumpen des Blutes in die Blutzirkulation vermindert wird. Aber was ist der Grund für eine Schwäche des Herzmuskels? Werfen wir einen Blick in das Herz. Es ist aus Millionen von Muskelzellen aufgebaut, welche zusammenarbeiten wie ein Orchester. Um das Blut zu pumpen. Hier sehen Sie eine Herzmuskelfaser, die aus vielen einzelnen Muskelzellen aufgebaut ist. Bei Herzpatienten haben diese Zellen nicht genug Bioenergie, damit sich die Muskelfasern optimal zusammenziehen können. Was verursacht dieses Defizit an Bioenergie in den Zellen? Die Antwort ist Vitaminmangel. Vitamine und bestimmte andere Nahrungsergänzungsstoffe sind die wichtigsten Bioenergiemoleküle für jede Zelle. Die optimale Zufuhr von Vitaminen und anderen Nahrungsergänzungsstoffen ist daher der Schlüssel zur Optimierung der Herzfunktion. Die Vitamine, die Sie über die Nahrung zu sich nehmen, erreichen die Herzmuskelzellen über den Blutkreislauf. Innerhalb der Herzmuskelzellen werden Vitamine direkt zu den Kraftwerten der Zellen, die mit Rochondrien transportiert, wo sie als Bio-Brennstoff benötigt werden. Genau wie der Motor Ihres Autos regelmäßig Benzin benötigt, so brauchen die Zellen Ihres Herzens jeden Tag neue Bioenergie für die Vorbeugung der Herzschwäche und eine optimale Leistung. Vielen Dank. Vielen Dank.